Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt auf Nintendo Switch. Und ja, wir spielen immer noch im Dock-Modus. Und ja, wir müssen jetzt mit Kaka reden, über den Brief, den wir am letzten Mal bekamen. Und das werden wir jetzt noch tun. Huch, bleibt doch stehen, Pfütze. Oder bleibt doch komplett hängen. Und wenn ihr doch auf dem Laufenden bleiben wollt, dann lasst doch gerne ein Abo da. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, dann bekommt ihr auch immer eine Benachrichtigung, wenn mein neues Video an ist. Los, lauf! Dann... Boah, Plätze, ne? Aggression hier. Wir können auch schnell reisen. Äh, da ist ein Quest, aber das ist uninteressant erstmal. Ihr könnt gerne auch mal in den Kommentaren schreiben, ob ich jetzt fast alle Quests abklappern soll oder lieber nur die wirklich interessanten. Ich bin da offen. Ich werde es hier so oder so komplett spielen. Also, es wäre da nur... Ich müsste es dann aufnehmen, wenn es euch interessiert. Jetzt laufen wir zu Hacker. Oh, scheiße. Nein, ich will auch nicht angreifen. Ich würde mal speichern. Danke für die Einladung. Glückwunsch. Toller Sieg bei Wegelboots. Luke ist ein Riesenidiot, aber ich kann mich nicht erinnern, dass er je verloren hätte. Und so, wie du ihn abgehängt hast, hättest du wohl gute Chancen im Palio. Du könntest richtig Geld machen. Was ist das Palio? Palio? Nie gehört. Mann, bist du ein Bauer. Das Palio ist ein Rennen in den nächtlichen Straßen der Stadt. Früher hat jedes Viertel einen Kontrahenten ins Rennen geschickt. Das ist jetzt anders. Du trittst gegen Reiter an, die von Bethlehem und Räufen geschickt werden. Aber ich setze auf dich. Gut, ich bin dabei. Gut, ich mach mit. Fantastisch. Bin schon ganz aufgeregt. Aber lass mich bloß nicht hängen. Denn ich setze ein kleines Vermögen auf dich. Geh dich vorbereiten. Trink Kamille oder was jemand zum Teufel ihr tut. Ja, trink mal ein bisschen Kamille. Der mag auch was haben. Ich hab jetzt noch keine Kamille trinken mögen. Ihr braucht jetzt lange eine nette andere Karte. Ein Rennen der Ehre. Der Gewinner streicht nicht nur eine Siegesprämie ein, sondern erntet auch Respekt. Pjada, keine Reiter. Auf die Plätze. Und los, verdammte Scheiße. Komm schon. Mal aufpassen, aufpassen. Die Karte hat man schon im Hau weg. Und hier ist nämlich auch ein Schwimmer dabei. Der schimmelt aber erst gegen Ende. Dann nimmt er eine Abkürzung. Der legt sich die für die Karte in Deutschlandилась. Noch ein bisschen? Ja, ich mag das nicht, wenn sie mir so dicht hinten kleben. Nein, nicht auf den letzten Meter! Boah, Scheiße, ist ja nicht auf den letzten Meter gewinnen, ne? Das hasse ich wirklich! Ne, danke! Dann knutsch ich deine Plätze! Das war vermust! Und mein Geld? Nimm es, du kesser Bastard! Hast es verdient wie keiner vor dir! Tempelwache! Verschwinden wir! Wir müssen uns verpissen! Danke, Geralt! Na, nett, ne? Füllen sich die Gingelskopf ein! So, also das haben wir jetzt auch gemacht! Nicht so schnell, Plätze! Ähm... Auch so, weil ich ziehe dir das blöde Schwert! Ähm... Das ist wirklich wichtig! Also für spätere Verlauf des Spiels eigentlich! Ja, wir können hier nicht galoppieren! Ähm... Was? Nein! Eigentlich kein Elfenblut, aber okay! Die Plätze läuft ja vernünftig! Freust du mir gerade hinterher? Also wir müssen jetzt aufpassen, wir könnten jetzt hier nämlich zwei allein kurz starten. Das war unten, meine ich. Weißer Wolf, willkommen in der Passiflora! Oh, kein Zeichen des Wiedererkennens in deinen Augen! Sei gegrüßt! Keine Sorge, ich habe mich seit dem letzten Mal sicher sehr verändert. Ach, tut mir leid, ich bin hier und... Sprich leise! Ich weiß genau, warum du hier bist. Sie warten! Bitte hier entlang! Hier entlang, nach oben! Ich weiß nicht! Knusprig! Aha! Aha! Aha, danke! Gerold! vielleicht sogar legendär. Falka hat hier ihren Aufstand geplant. Und auch König Friedaks Ermordung. Vergleichst du dich etwa mit Falka? Soweit ich mich erinnere, gibt es in Redanien kaum jemanden mit einem blutigeren Ruf. Ihre Rebellion hat den Lauf der Geschichte verändert. Das haben wir gemeinsam. Was das Blutvergießen angeht, wollen wir nur Radogit tot sehen. Es freut mich, dass du mitmachst. Ich war mir nicht sicher, ob du auftauchen würdest. Ich habe über deine Worte nachgedacht, dass Triss und Yen nicht sicher sind, solange Radogit lebt. Das kannst du glauben. Nun, ich bin froh, dass wir uns verstehen. Und nun zur eigentlichen Sache. Meinen Mitstreiter dürftest du bereits kennen. Rosch, du hier? Ehemalige Spione. Wir haben einen Verein gegründet. Du hast mal einen König beschützt. Willst du jetzt einen anderen ermorden? Ich bin nicht stolz darauf, aber in meinen Augen gibt es keine andere Lösung. Radogit hat zu oft nur seine eigenen Interessen durchgesetzt. Als Cadvan um Hilfe bat, ist er einmarschiert. Als ich ihn darum bat, Vysima zu helfen, hat er mich wieder fortgeschickt. Der Krieg ist beinahe vorüber. Die Entscheidung naht. Wir müssen schnell handeln. Ich mache mir nichts vor. Nur ein toter Radogit bedeutet ein freies Themerien. Wie meinst du das? Was willst du von mir? Na gut. Was willst du von mir? Einer unserer Leute hat sich mit einem Informanten getroffen. Er ist nicht zurückgekehrt. Aber der Plan hängt davon ab, was er in Erfahrung bringen konnte. Wir müssen ihn finden. Und du bist der beste Spürhund weit und breit. Spürhund? So, so. Kannst du mir noch mehr sagen, wo dieser Mann zuletzt gesehen wurde, zum Beispiel? Er gibt sich als fahrender Schuster aus. Er sollte den Ponta überqueren. Das hat er wohl beim redanischen Grenzposten getan. Wir haben einen Mann dort, der sicher mehr weiß. Er nennt sich Gregor. Ich finde auch einen Mann. Gut, ich rede mit Gregor. Danke. Und lenkt nicht zu viel Aufmerksamkeit auf dich, wenn es geht. Denkt daran, dieser Einsatz entscheidet die Zukunft. Die Zukunft Temeriens und des Nordens. Ich weiß, ich versuch's nicht zu vermasseln. Bis dann. Wir zählen auf dich, Geralt. Ja, kein Druck, ne? Kein Druck. Ja, ich glaub, die hat ein Problem, ne? Also, wenn sie knackig gesagt hätte, dann hätte ich das ja noch verstanden. Aber die knusprig. Ich zahl keine Steuern, nur damit solche Gestalten die Stadt unsicher machen. Ich war mal so sauflaut, dass mir Blut aus den Ofen kam. So, und dann gucken wir mal, wo wir hingehen. Ja, am besten zu dem Grenzbrust hier. Ja, am besten zu dem Grenzbrust hier. So, und das hier ist Gregor. Ich suche Gregor. Du hast ihn gefunden. Wer bist du? Geralt von Riva. Dijkstra schickt mich. Ich habe dich erwartet. Gehen wir eine Runde. Okay. Nach dir? Du hast deinen Wachposten aber hübsch dekoriert. Auf Befehl unseres barmherzigen und gnädigen Herrschers, des guten Königs. Was haben sie verbrochen? Der Errechte ist ein Weideler aus einem Dorf in der Nähe. Hat jemandem den falschen Rat gegeben. Die Freunde des Mannes haben ihn verraten. Und der Links wurde von seinem Nachbarn, in dessen Groll der Hexerei bezichtigt. Nur Menschen, die sich gegenseitig an die Gurgel gehen. Nicht Radowitz Fehler. Und wer macht die Gesetze, durch die Leute für solche Verbrechen gehängt werden? Verachtest du etwa den König, dem du dienst? Kommen wir zum Geschäft. Warte, hast du einen Passierschein? Ohne kommst du nicht wieder zurück. Ja, ich habe einen. Gut, viel Glück. Danke, bis dann. Die Passierschein A38, jaja. Ach. Plötze. Kleine, arige Plötze. Hängst du wieder mit dem Kopf in der Wolke. Hm, der Karren sieht intakt aus. Seltsam. Ich muss mich umsehen. Vielleicht finde ich ja was. Na, gucken wir uns mal um. Fläche, Fläche, Fläche. Fläche. Ich sehe nichts. Ich hatte da so Bäume im Weg. Hier ist eine Spur. Altes Schafsfell und Silbererz. Dann guck ich es dir doch nicht an. Hallo? Ach, Gerard. Ich habe den Schuh verloren. Ein Schuh. Ich glaube, ich bin auf der richtigen Fährte. Das glaube ich auch. Da ist ein Schuh. Nur mehr Schuhe. Was will ich jetzt nochmal erzählen? Wo hat er jetzt die ganzen Schuhe gehabt? Also zwar hast du regulär an den Füßen, aber... Wie vollgepackt war der denn dann bitte? Bis er die ganze Zeit die Schuhe hier durch die Gegend schmeißen konnte. Was macht er hier? Regenschuh. Aber, aber... Schuhe sind doch keine Pilze. Die Wahrheit bitte. Schuhe wachsen nicht auf dem Boden. Weißt du, wer sie hier zurückgelassen hat? Rock nicht redeln. Sonst Ärger mit Ock und Pock. Ock und Pock. Sind das deine Freunde? Kinder große, Ock und Pock. Menschenfinder auf Karren mit Großschuhen. So groß. Was haben sie mit diesem Menschen gemacht? Ock, Pock, Mann zur Höhle bringen. Dort. Habt ihr ihn gefressen? Nein. Knochen, Mann, Dünn, Mann. Bäh. Ock sagen, Mann, Schuhe machen. Für Ock, Pock und Ock, Schuhe machen. Verbraucht ein Trollschuhe. Brauchst du überhaupt Schuhe? Schuhe an Menschen. Schuhe wollen Rock, Pock und Rock. Große Trolle sein. Wie Menschen. Süß. Lebt wohl. Höchstern. So. In der Nähe muss eine Trollhöhle sein. Aber den hast du gegessen. Jawohl, nicht Bäh. Ich mein, hier war was. Ja. Überlegene Bärenrüstung. Schiemattas. Ich hab mich doch gesehen. Ich hab's wissen müssen. Niemand sonst hätte den Trollen das Fluchen beigebracht. Geralt? Mensch, das ist ja eine verdammte Ewigkeit, der... Mensch, wenn du über die Hände wirst. Ja, klick. Ganz ruhig, Ock. Dieser Mistkerl ist ein alter Freund von mir. Freund, Alter, gehen. Sonst wir werfen in Suppe. Ich wäre wirklich nur ein zäher Biss. Das stimmt. Das stimmt. Seht ihn euch an, den verdammten Bastard. Nichts als Haut und Knochen. Oh, nein. Ich brauche diesen Mann, der kommt mit mir. Ich sehe, seid ihr Freunde geworden. Aber Tala muss mit mir mitkommen. Verdammt. Tala nicht gehen. Tala Schuhe machen. Aber ich brauche ihn. Tala hierbleiben. Du Schuhe haben. Ock Schuhe nicht haben. Rock nicht haben. Bock nicht haben. Tala Schuhe machen. Tala los. Ich brauche ihn kurz. Nicht lang. Dann kommt er wieder. Immer mit der Ruhe. Tala kommt ja wieder zurück. Er muss mit mir gehen, um Leder für eure Schuhe zu holen. Hört auf, Geralt. Er sagt die verfluchte Wahrheit. Seht euch eure Füße an. Die sind scheiß riesig. Ich brauche ein verdammtes Lederbündel, um eure Schuhe zu machen. Verstanden? Ich und Geralt. Wir holen das verdammte Leder. Dann kommen wir zurück und machen eure vermalen Deiten Schuhe. Schuhe Rock 4 und Rock 4? Zwei Paar für jeden von euch Arschgesichtern. Ich wusste, dass ihr Saftsäcke gute Kumpel seid. Bleibt hier. Bin bald wieder da. Kinder sind keine Trolle und umgekehrt. Außerdem sind Hexasteride. Du hast dich kein bisschen verändert. Immer noch beißen wie die verfaulter Ravarra. Bist du nur auf der Durchreise? Oder hat jemand dich beauftragt, mich zu suchen? Roche und Dijkstra. Ah, dann haben sie mich nicht vergessen. Das ist schön. Ah. Schön, dass sich das beruhigt. So, hier ist noch ein paar Schematas drin. Wir müssen jetzt bei dem bleiben. Okay. So, hier ist noch ein paar Schematas drin. So, wir müssen den mich noch zu seinem Wagen hier bringen. Danke nochmal, Geralt. Ich komme ab jetzt alleine klar. Und ich werde Roche und Dijkstra berichten, wie du Ork und seine Freunde erledigt hast. Sie werden bestimmt so beeindruckt sein, dass sie sich in die Hosen scheißen. Diese Schuster-Tour. Wie bist du darauf gekommen? Du warst Hehler in Vysima. Wie bist du zum Schuster geworden? Ich habe mir den unauffälligsten Beruf ausgesucht. Die Hehler-Sache, miese Tarnung. Hab zu viele Leute verärgert. Die Aufmerksamkeit konnte ich nicht brauchen. Dann wollte ich Schankwirt werden. Dann trifft man viele Leute. Die meisten davon Idioten, aber die reden über alles Mögliche. Aber man hängt an einem Ort fest, wie ein alter Köter an der Kette. Immer im selben Hof. Aber ein Schuster kommt rum, ja? Davon kannst du ausgehen. Hab sogar diesen schicken rollenden Stand gebaut. Sehr schick. Ein Volltreffer. Ich habe damit ein kleines Vermögen gemacht, seit der Krieg angefangen hat. Diese Arschlöcher in Uniform marschieren ohne Unterlass. Weißt du, was passiert, wenn sich ihre Scheißstiefel auflösen? Ihre Füße bluten und werfen Blasen. Kein Soldat, der nicht seine Mutter für ein paar bequeme Kampfstiefel verkaufen würde. Und was hast du jetzt vor? Wenn ihr Krieg wandern wollt, nehmt eure Romotan mit. Ich frage noch mal. Einzelheiten? Vergib mir, Kumpel. Es geht einfach nicht. Wenn es nur nach mir ginge, würde ich alles ausspucken. Du bist vertrauenswürdiger als alle, die ich sonst kenne. Aber ich handle nicht allein. Darum darf ich keine einseitigen Entscheidungen treffen. Mein Mund bleibt zu. Leider. Na gut. Verstehe. Gut. Bis dann. Bis dann, Thaler. Und viel Glück. Oh, das kann ich brauchen. Radowit ist ein gewiefter Hund. Aber wir finden schon einen Weg. Bald wird der ganze Scheiß-Norden davon reden, wie er gefickt wurde. Passt auf, dass er nicht auch über drei Attentäter spricht, die gevierteilt wurden. Keine Angst, Geralt. Wir wissen, was wir tun. Leb wohl. So, dann würde ich sagen, das war's für heute. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach einen Daumen oben da und ein Abo. Und wir hören und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Eure Florinda.